Die Jetix Kids Awards 2006 Also ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier bin und dass ich den Kids Award für die heißeste Sängerin ansagen darf. Die Jetix Kids Awards 2006 Für deine persönlichen Superstars Die Kategorie heißeste Sängerin wurde euch präsentiert von Witch Es standen zur Wahl Paris Hilton Jeannette Biedermann Yvonne Cutterfeld Lafay Und die Gewinnerin für den Jetix Kids Award für heißeste Sängerin 2006 ist Yvonne Cutterfeld Es tut noch weh Erinner mich, dich zu vergessen Ich bin süchtig wie besessen Erinner mich, dass ich dich überstehe Oh, 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 geh Erinner mich, dich zu vergessen Dankeschön Yeah, ich habe gegen Paris Hilton gewonnen Ja Also ich freue mich erstmal riesig Heißeste Sängerin, jetzt weiß ich nicht, ist es auf meine Musik bezogen oder aufs Aussehen Aber es ist auch egal Beides Ich freue mich jedenfalls und ich freue mich umso mehr, weil es ein Publikumspreis ist Also sozusagen von euch und davon habe ich noch nicht so viele Und ja, ich werde jetzt nicht meine Plattenfirma und alle aufzählen, sondern ich danke heute euch Schön, dass ihr mich gewählt habt Vielen Dank Danke meinen Fans Danke vor allem meinen treuen Fans Und bis bald wieder Dankeschön Die Jetix Kids Awards 2006